Der Fels in der Brandung Württembergische Versicherung Wir versprechen Ihnen nicht das Blaue vom Himmel. Wir öffnen Horizonte, R- und V-Versicherung, die Raiffeisen- und Volksbankenversicherung. Hallo, ich bin Kevin Kostner. Willkommen bei 500 Nations. Ich präsentiere Ihnen die einmalige Videoedition Die Geschichte der Indianer, 500 Nations. Sehen Sie mithilfe modernster Computertechnologie wieder erschaffene Bauwerke der Maya und Azteken, der großen Indianerkulturen. Rufen Sie jetzt an und Sie bekommen die Kassette Blüte der großen Kulturen für nur 19 Mark 95. Wir zeigen Ihnen die Besiedlung des Westens, Mord und Vertreibung, den heldenhaften Kampf der Indianer um Freiheit. Der mit dem Wolf tanzt, erzählt eine Episode aus der Geschichte der Indianer. 500 Nations erzählt die ganze Geschichte. Rufen Sie jetzt 0180 52 52 502 an und Sie bekommen Blüte der großen Kulturen zum Kennenlernpreis von nur 19 Mark 95. Wir sehen uns wieder bei 500 Nations. Ihre Zukunftssicherung. Die private Rente. Rufen Sie an. 0137 33 2233. Hallo, hier wieder das Neuste vom größten Hitparaden-Service der Welt. Die Top-Hits als Serie, alle zwei Monate neu. Oh, mein Lieber, always I wanna be with you and make with me. Starten Sie mit 18 Top-Hits aus den internationalen Charts. Rufen Sie jetzt an. Bestellen Sie dieses Super-Start-Angebot. Für glatte 10 Mark, alles inklusive. Telefon 0531 222 333. Zehn Tage unverbindlich zum Reinhören. Kein Kaufzwang. Immer mit Rückgabegarantie. Auf CD oder MC. Das Start-Angebot für nur 10 Mark. Bestellen Sie jetzt. Testen Sie jetzt einen Monat Premiere. Rufen Sie an. 0180 532 532 6. Alle Top-Kino-Filme mit großen Stars zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Und ohne Werbeunterbrechungen. Dazu das Topspiel der Fußball-Bundesliga. Jede Woche live. Das gibt es nirgendwo anders. Testen Sie jetzt einen Monat Premiere für nur 44 Mark 50. Rufen Sie jetzt an. 0180 532 532 6. Gesucht. Alle Singles, die 94 das Alleinsein sagt haben. Wählen Sie jetzt 0190 250 240. Und sprechen Sie mit Ihrem Taumpartner. Unglaublich, aber wahr. Sweeper, der Wundergummi-Wesen ist da. Sweeper fiegt jetzt Ihren kompletten Wesenschein. Sehen Sie selbst. Dies ist ein ganz gewöhnlicher Haarwesen, wie Sie ihn bisher kannten. Verfilzt, verklettert, voller Bakterien. Sweeper dagegen kann nicht verfilzen, kann nicht verkletten, weil er aus Gummi ist. Und er kann keine Haare verlieren, weil er keine hat. Dafür ist er 100% hygienisch. 140 Grad hitzebeständig, also auch auskopbar. Sie müssen also nie mehr mit einem schmutzigen Besen sauber machen. Ab damit in die Mülltonnen. Platz gemacht für Sweeper. Sweeper fegt und schrubbt und nimmt den Schmutz aus den Fugen. Und umgedreht zieht er auch noch Wasser ab. Ja, ist das nicht unglaublich? Aber es ist wahr. Diesen Alleskönner können Sie jetzt bestellen. Nur hier. Zum unglaublichen Preis von nur 79 Mark. Rufen Sie jetzt an. Die können sich jetzt alle sparen. Einfach weg damit. Ab in die Mülltonnen. Sweeper kann noch viel mehr. Mit der Elektrostatik von Sweeper holen Sie selbst Hunde- und Katzenhaare vollständig raus. Er fegt selbst den stärksten Schmutz. Auch hier draußen fegt er nasses Laub und Schmutz, der jeden normalen Wesen völlig verschmutzt. Kein Problem für Sweeper. Einfach ausspülen. Sweeper bleibt Sweeper. Darauf geben wir eine Garantie von zwei Jahren. Und wenn Sie jetzt bestellen, dann bekommen Sie für 79 Mark diese Teleskopstange gratis dazu. Und gratis dieses Winkelstück und gratis diesen praktischen Mini-Sweeper. Unseren Wundergummi-Besen bestellen Sie einmal für immer. Er ist unbegrenzt haltbar. Für drinnen und außen. Für nass und trocken. Für Haus- und Weitzeiten. Sweeper können Sie nur hier bestellen. Rufen Sie jetzt an. Sie sparen Platz und Geld. Sweeper. Der Alleskönner. Detective Superintendent Clark. Tony Clark ermittelt in den eigenen Reihen. Korruption und Verbrechen bei der Polizei. Detective Clark sucht die Schuldigen. Zwischen den Fronten kämpft er um Aufklärung. Spannende und rasante Unterhaltung bei Box. Undercover. Heute um 18.20 Uhr bei Box. Die Richter sind die Zeitd阿 chocolates. Wie Ford macht mich etwas? Deswegen.